hey leute und herzlich willkommen auf shoreline lange ist sehr ungefähr zwei drei folgen und ich weggeballert wurde einfach auf krüppel schießen ja so hat man es gerne ja ich bin hier weil ich gern ein paar pmc töten würde aus zweierlei gründen und zwar einmal wirklich gern besseren loot und zweitens habe ich jetzt mittlerweile endlich die quest von skis bekommen wo ich zwölf pmc töten muss ich hoffe das glück ist heute mit mir in letzter zeit hatte ich ziemlich pech was raids betrifft spawn tot die kürzeste runde war bei mir drei sekunden glaube ich das ist ziemlich gerne wenn es von dem anderen spieler spawst und der gleich wegballert okay die ballern die skiffs über die haufen über den haufen nicht die haufen okay 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 na wo ist er Ja, boah, Gott sei Dank hat's nichts früher gelegt. Ja, boah, Gott sei Dank. Ja, boah, Gott sei Dank. Ja, boah. 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 Australian. Ja. Ja, boah. Ja, boah. Ja, boah. Ja, boah. ein Togdeck weg. Geld hat auch liegen lassen. Togdecks sind bare Münze, Alter. Pantage. Die Runde geht jetzt seit 25 Minuten. Entweder sind sie tot oder die haben schon so gut geplündert, dass sie alle weg sind. Entweder sind sie tot oder die haben schon so gut geplündert. Platz nicht. Eine Lunchbox. Ich bring's. Mach ich lieber was. Oh. Was muss ich das verbrauchen? Ich bring's. Was muss ich das verbrauchen? Was muss ich das verbrauchen? Ja, langsam durchzugehen, das war nicht clever, aber wenn ich laufe, hört mich jemand, jeder. Wo war der? Irgendwas in Skype? Der ist im Hof. Nee, das ist er nicht. Ich gehe nach oben im ersten Stock und gucke ich von da, ob ich den sehe. Da muss ein zweiter auch noch sein, mit dem er labert. Ich gehe nach oben im ersten Stock. Ich gehe nach oben im ersten Stock. Ich sehe auch niemanden. Ah, da hinten! Ich gehe nach oben im ersten Stock. Den Balkon will ich jetzt nicht unbedingt rausgehen. Warten wir mal keinen Tag durchgucken. Ist bloß der ja schon drinnen. Oh, da schießt sich jemand. Das kommt aus der Richtung von Road to Customs. Da muss ich jetzt ohnehin hingehen. Uh, da schießen sie fleißig. Nähe ich ihn hier aus. Das kommt aus. Das kommt aus. Das kommt aus. Da hat mein Auge juckt. Da liegt ein Tuschonker. Brauche ich nicht mehr. Das Resort habe ich schon mal überlebt. Jetzt muss ich nur noch zum Ausgang kommen. Tuschonker 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 So, da vorne ist der Ausgang. Mal gucken, ob da ein paar Skepsomen laufen oder ob die schon gekillt wurden. Ne, da linken die Leichen. Die wurden schon gekillt. Schade. Ich dachte, die können noch ein paar Skepsomen mitnehmen. Tja, Leute, das war's. Leider sind nur zwei Spiele und ein Skepsomen draus geworden. Ich hätte gehofft, dass es mehr draus wird, aber immerhin habe ich überlebt. Mal gucken, wie viele BP ich bekommen habe. Wahrscheinlich 3.000, mehr nicht? Ja, 3.700, viel war's nicht. Na gut, Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da und wir sehen uns dann wie immer in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.